Hallöchen Freunde! Ich freue mich mitteilen zu können, dass ab dem 29.06. The Amazing Spider-Man Let's Played wird. Und zwar werde ich das Spiel auf der Xbox spielen und zwar in Full HD. Ich versuche, dass ich ungefähr zwei bis drei Folgen pro Tag hochladen kann und los geht es. Wie gesagt, ab dem 29.06. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann!